Zu den Mittelmeer-Anrainer-Staaten zählen alle Staaten, die an das Mittelmeer angrenzen. Der Mittelmeerraum ist seit der Erschließung im Altertum Handelsplattform zwischen Südeuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Anrainer-Staaten Euro-Mediterrane Partnerschaft Auf ihrer Außenministerkonferenz von 27. bis 28. November 1995 in Barcelona hat die Europäische Union die Euro-Mediterrane Partnerschaft ins Leben. Gerufen, deren Ziel war es die politische Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung im Mittelmeerraum zu fördern. Die wirtschaftliche Zielsetzung sollte einerseits durch die Schaffung einer Freihandelszone im Mittelmeerraum, sowie andererseits durch die Modernisierung der Volkswirtschaften in den Partnerländern mit Hilfe des MEDR-Programms erreicht werden. Im Rahmen von MEDR wird hauptsächlich technische Hilfe, die durch nicht rückzählbare Zuschüsse finanziert wird, gewährt. Unterstützt wird die Wirtschaftsreform in den Partnerstaaten, Maßnahmen zur Restrukturierung der Verwaltung, sowie Förderung des demokratischen Prozesses in diesen Ländern. Erweitert wurde dieses Konzept 13. Juli 2008 in Paris auf die Union für das Mittelmeer übertragen. Februien in Paris auf die Union für das Mittelmeer übertragen. Herst du mit dem